Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute habe ich wieder ein C-Sharp-Tutorial für euch. Das heutige Tutorial soll sich jetzt nicht um die Programmiersprache C-Sharp drehen, das heißt es ist auch geeignet für jede Programmiersprache eigentlich, denn heute soll es mal um das Thema Rekursion gehen. Zuerst einmal möchte ich erklären, was Rekursion überhaupt ist. In der Programmierung spricht man von einer Rekursion, wenn eine Methode sich selber wieder aufruft. Das heißt man hat eine Methode und im Körper dieser Methode ruft diese sich wieder selber auf. Warum kann man das gebrauchen? Man kann das für viele verschiedene Anwendungsfälle gebrauchen und man kann damit sehr gut große Datenstrukturen zum Beispiel durchlaufen oder verzweigte Ordnerstrukturen durchlaufen und nach bestimmten Dateien suchen und so weiter. Oder man kann ein Array, eine Datenstruktur wirklich nach einem bestimmten Wert durchsuchen. Und genau sowas wollen wir jetzt einfach mal machen. Wir machen jetzt folgendes. Wir haben hier in unserer Main-Methode einen String und dieser String heißt Text. Und ich baue da jetzt mal einen ganz einfachen String und zwar Hallo Welt. So, das ist jetzt unser String. Und wir wollen jetzt eine Funktion schreiben, also eine Methode schreiben, mit der wir gucken können, ob sich in diesem String irgendein bestimmter Buchstabe befindet. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach eine weitere Variable vom Typ Character, also ein Char. Und die nennen wir jetzt einfach mal C. Und dieser Character, das wird jetzt einfach mal hier, sagen wir, das E, das Kleine. Okay? Wir wollen jetzt gucken, ob sich dieser Character in diesem Text hier befindet. Und das machen wir mit einer Methode, die rekursiv geschrieben ist. Folgendermaßen sieht das aus. Wir machen jetzt erstmal hier eine neue StaticBoolIsMember-Methode. Und dieser Methode übergeben wir jetzt einen Character, und zwar unseren Character C. Und wir übergeben ihr einen String, in dem man natürlich nach diesem Character suchen möchte. Den nenne ich jetzt auch hier Text. Und diese Methode soll jetzt, wenn in diesem Text dieser Character gefunden wird, ein True zurückgeben. Und wenn nicht, dann soll sie ein False zurückgeben. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir überprüfen jetzt bei jedem Aufruf von IsMember, ob der erste Buchstabe von diesem Text hier derselbe ist wie C. Okay, wenn dabei rauskommt, dass dieser erste Buchstabe derselbe ist wie der Character C, nachdem wir suchen, dann wird einfach ein True zurückgegeben, weil dann hat man in diesem String ja diesen Character gefunden. Wenn das nicht so ist, dann soll IsMember sich nochmal von vorne aufrufen, nur soll dann der erste Buchstabe von diesem Text abgeschnitten werden, und dann wird einfach nochmal der erste Character überprüft, weil man hat ja dann den letzten ersten Buchstaben abgeschnitten und überprüft dann den nächsten Buchstaben sozusagen. Und das Ganze wird dann so lange durchlaufen, bis man dann halt entweder diesen Character gefunden hat, oder bis dieser Text leer ist, also bis dieser Text einfach keine Zeichen mehr beinhaltet. Und diesen Fall überprüfen wir jetzt zuallererst. Zuerst mal prüfen wir, ob dieser Text leer ist. Also sagen wir einfach, if Text.length gleich 0, dann hat man ja wirklich diesen Buchstaben nicht gefunden, weil dann lief das so lange durch, bis hier wirklich kein Zeichen mehr in diesem String übrig war. Also returnen wir einfach false. Okay? Wenn das nicht so ist, also wenn dieser Text noch Zeichen beinhaltet, dann prüft man, ob der erste Buchstabe in diesem Text derselbe ist wie der Char, den wir übergeben haben. Also if Text 0, dasselbe wie C. Dann return true. So, return true. Und wenn das jetzt nicht der Fall ist, wenn jetzt der Text noch Zeichen beinhaltet und der aktuell erste Buchstabe von diesem Text nicht derselbe ist wie unser gesuchter Character, dann machen wir hier ein else hin. Und in diesem else werden wir jetzt ganz einfach den ersten Buchstaben von dem aktuellen Text abschneiden und dann einfach isMember nochmal aufrufen mit diesem neuen Text, also mit diesem neuen String, der rauskommt, wenn man den ersten Buchstabe abschneidet. Und dann wird nochmal der nächste Buchstabe überprüft. Also wir machen jetzt folgendes. Wir erstellen hier einen neuen String. Den nennen wir einfach newText. Und da sagen wir jetzt folgendes. Wir machen jetzt hier Text.substring. Mit substring kann man einfach einen bestimmten Teil von einem String abschneiden und nur noch den Rest ausgeben lassen. Wenn wir also hier jetzt sagen, wir wollen jetzt nur noch den Teil vom String haben, der ab dem ersten Character kommt, dann schreiben wir hier 1. Also wenn wir jetzt hier aktuell den Wert Hallo zum Beispiel haben und dann substring 1 aufrufen, dann steckt da nur noch Allo drin. Okay, also haben wir jetzt newText, schneidet den ersten Buchstaben ab und dann rufen wir nochmal isMember auf und das returnen wir dann auch. Also return isMember. Und da übergeben wir jetzt wieder unseren gesuchten Character und den newText. Und was passiert hier jetzt? Hier wird jetzt tatsächlich diese selbe Methode nochmal aufgerufen. Und die geht jetzt wirklich so lange durch, bis hier wirklich einer dieser Fälle eintritt. Also entweder hat man dann irgendwann den Text gefunden und es wird return true nach oben gegeben und dann wird dieser erste Aufruf auch dieses true zurückgeben. Oder es geht so lange durch, bis kein Buchstabe mehr übrig blieb und dann wird halt return false aufgerufen. Okay, ich zeige dir das jetzt gleich mal, wie das im Programm selber aussieht. Okay, wir haben jetzt also hier eine rekursive Methode geschrieben und die rufen wir jetzt hier mal auf. Wir haben unseren Text und wir haben unseren Character e, den wir ja finden wollen. Und jetzt geben wir mal hier ein Console.WriteLine und da übergeben wir jetzt einfach isMember und da geben wir jetzt diesen Character c an und den Text Text. Und dann machen wir noch ein Console.ReadKey hin, damit wir hier auch wirklich das Ergebnis sehen können. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob dieses e in diesem String HalloWelt gefunden wird. Gucken wir mal nach. Und siehe da, es kommt ein true raus, weil in HalloWelt befindet sich ja tatsächlich das e. Jetzt wollen wir mal einen anderen Buchstaben angeben, und zwar das z. Das befindet sich hier drin ja nicht, also müsste ja ein false zurückgegeben werden. Und siehe da, es kommt ein false zurück. Und jetzt möchte ich dir mal zeigen, wie dieser Aufruf hier aussieht. Machen wir mal hier ein paar Breakpoints. Also machen wir hier ein Breakpoint und hier ein Breakpoint. Und jetzt rufen wir das Ganze einfach mal auf. So, jetzt wurde ein false returned, weil wir ja jetzt hier kein z gefunden haben. Und das geht jetzt hier wirklich komplett so lange durch diese Methode, die ruft sich so oft wieder neu auf, bis hier wirklich dieser Text eine Länge von 0 hat. Und ich kann dir das auch mal zeigen hier in dieser Aufrufliste. Ich hoffe, man sieht das. Ich kann das leider hier nicht größer machen. Aber wir sehen hier ganz unten den ersten Aufruf, okay? Wir haben hier unseren Aufruf von isMember. Und der Charakter C wurde übergeben. Das ist hier das Z. Und der Text, den wir da übergeben haben, war Hallo Welt. So, jetzt wurde da natürlich gesehen, okay, dieses Z ist nicht dasselbe wie das H, welches der erste Buchstabe ist. Also wird isMember hier nochmal von vorne aufgerufen, nur mit einem neuen String. Und beim neuen String wurde das Ganze abgeschnitten, also das H, der erste Buchstabe. Und du siehst, hier der nächste Aufruf enthält dann hier als Text nur noch Hallo Welt, okay? Und das ging jetzt wirklich hier so lange weiter. Der Text wurde wirklich so lange zerschnitten, bis nichts mehr übrig blieb. Und jetzt machen wir nochmal ein Beispiel. Wir prüfen jetzt mal hier nach dem Buchstaben L. Sagen wir einfach, wir suchen jetzt, nee, suchen wir den Buchstaben O und rufen das mal auf. Und dann wird ja hier ein True zurückgegeben. Aber du siehst, die Aufrufliste hier ist wesentlich kleiner, weil das O wurde gefunden. Und dann wurde ja ein True returned. Und wenn das True returned wurde, naja, dann ist dieser Aufruf ja vorbei. Also diese ganze Aufrufkette. Was lernen wir also daraus? Wir lernen, eine rekursive Methode kann schon ganz schön praktisch sein, um große verzweigte Datenstrukturen zum Beispiel zu durchsuchen nach irgendeinem bestimmten Wert oder in einer Ordnerstruktur, die wirklich verzweigt ist, nach irgendeinem gewissen Ordner oder nach irgendeiner Datei. Und ja, im Grunde ist das nichts anderes als eine Methode, die sich immer und immer wieder selbst aufruft, bis halt irgendein Ergebnis gefunden wurde. Okay? Das sind also rekursive Methoden. Ich hoffe, du hast das Ganze verstanden. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen wirklich regelmäßig neuen Content wie diesen hier. Und wenn das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Übrigens, in der Videobeschreibung befindet sich ein Link zu unserem C-Sharp Programmieren Masterkurs. Das ist ein aufwendig produzierter Videokurs mit über 14 Stunden Videomaterial, in dem du wirklich alles lernst, was du wissen musst, um mit C-Sharp deine eigenen Anwendungen zu entwickeln. Falls du da Interesse dran hast, dann schau auf jeden Fall mal vorbei. Das ist wirklich eine tolle Sache. Link in der Videobeschreibung.